Berliner Flughafen Berliner Flughafen Beliefern wir wochentags unsere acht Abholstandorte in Berlin und Potsdam sowie unsere Fachhandwerkskunden in zwei Liefertouren. Mein Name ist Florian Dietrich, ich bin Vertriebsleiter bei der Firma Peter Helmich in Berlin. Herzlich Willkommen! Aus einem Sortiment von 15.000 verschiedenen Artikeln bekommt jeder Kunde seine Ware fix und fertig verpackt und pünktlich auf die Baustelle geliefert. Das Sortiment ist an den Berliner Wohnungsmarkt angepasst, sodass keine Wünsche offen bleiben. Daneben sind wir spezialisiert auf den Verkauf von Werkzeugen für das SRK Fachhand. Hallo, ich bin der Toni und halte hier alles in Ordnung. Unser Verkaufsteam steht unseren Kunden jeden Tag von 6.30 Uhr bis 17 Uhr an jedem Standort zur Verfügung. Ob Dichtung oder Badewanne, Heiztherme oder Wärmepumpe, wir verstehen uns mit unserem Wissen und unseren Dienstleistungen als Problemlöser des Fachhandwerks. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017